Hallo zusammen, ich hier ist wieder der Otschela und schaut mich wieder für euch in Metal for a certain of X. Und zwar wollte ich euch wieder eine kleine Folge von meinem Gold-Teiger-Buch präsentieren. Und da wollen wir mal reingucken, wie mehr oder minder fleißig ich die Woche war und was wir an Gold erwirtschaftet haben. Beziehungsweise wir schauen noch die Postkästen durch, was wir über Berufs-Items und anderen Zeugsel im Auktionshaus verdient haben. Jetzt war die zweite Woche von Patch 8.2, The Red hat gestartet. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht ganz so viel Zeit, weil ich hier mich auch darum kümmern musste, mein Gear ein bisschen zu verbessern und Mounts zu farmen, Pets zu farmen, Toys zu farmen. Ich bin ja so ein bisschen Collector, deswegen ist das Gold-Machen ein bisschen kurz gekommen. Aber ein paar Sachen konnte ich dann auch boosten. Wir waren letzte Woche, wenn wir auf die Tabelle gucken, bei meinem Main-Account bei 5,7 Millionen, beim zweiten Account bei 6,2 und overall bei knappen 12 Millionen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier Plus gemacht haben. Ich habe an Boost-Aktivitäten jetzt hier auf 6,9 Millionen hoch. Das ist über eine Million tatsächlich. Das war hauptsächlich Freehold. Ich habe tatsächlich ein paar Freehold-Kunden jetzt wieder gehabt. Geburtstagsevent ist rum, jetzt können wir wieder ein bisschen Freehold boosten. Dann viele Insel-Boosts waren dabei, war sehr gut. Ich brauche ja selbst eh Artefakt-Power. Dann waren auch eins, wo ich glaube, Biene habe ich auch verkauft. Also Mount-Geschichten waren dabei. Und allgemein so PvP-Sachen. Ich plane jetzt dieses neue PvP-Toy, das wir ja auch letztens mal im Stream gemacht hatten, das auch mal zu sellen. Da muss ich noch in den Markt einsteigen, wenn ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen mehr Zeit habe. Genau. Also da haben wir auf jeden Fall schon die Millionen drin. Jetzt schauen wir noch, was in den Postkästen drin ist. Immer noch der AHA ist zwar jetzt einigermaßen fixt, aber Problem, teilweise sind die Preise immer noch ziemlich low von den Sachen. Deswegen nimmt man nicht viel ein. Ihr seht, die meisten Items, die ich hier verkauft habe, die sind tatsächlich nur 1, 2k wert. Hier mal was mit 10k. Da sind die Preise sehr, sehr low hier. Zieht es langsam nach oben wieder ein bisschen an. So langsam normalisiert sich das. Problem war durch den, dass das AHA-Buggy war, wurde am Anfang sehr viel, sehr günstig eingestellt. Und da haben sich die Preise natürlich gehalten. Und die müssen jetzt erst langsam hochgehen, dass man da vernünftiges Gold macht. Aber dennoch haben wir über die Woche hier mit dem Char Schmiede, Kunst und Lederer auf Antonidas 94.000 gemacht. Das nehmen wir jetzt mal alles raus. Dann kommen wir hier über die 7 Millionen Gold. Und wenn man bedenkt, dass ich ja erst vor ein paar Wochen mir den Spektaltiger gekauft habe, also den blauen, den epischen hatte ich ja schon, einfach um die Sammlung ein bisschen zu erweitern, ist das, denke ich mal, schon nicht allzu schlecht. Dann switchen wir mal weiter. Ich bin jetzt hier nebenbei auf meinem Transmog-Char, der ist schon in der Invasion, weil ich den zum Campen hernehme von Rare Mobs. Und der hat Transmog-Zeug verkauft. Und ihr seht, ein Haufen Zeugel ist hier drin, 77 Males. Und was hat der noch im AHA? Ich glaube, man kann es mittlerweile nicht mehr, sieht keine Zahlen mehr. Aber es sind, glaube ich, 1500 Items oder so, die ich hier drin habe. Alles Mögliche an Rezepten, Transmog-Pads und mehr Gedönse, also sehr, sehr viel. Und ab und an verkauft sich immer ein bisschen was. Das geht halt eher auf die Masse und das ganze Zeug habe ich nicht gefarmt, explizit, um es ins AHA zu haben, sondern es war halt ein Abfallprodukt und ich versuche halt alles zu Gold zu machen. Da gibt es so ein paar Sachen. Hier so in der Laterne ist Transmog mit 13k, was ein bisschen mehr wert ist. Dann haben wir einen Bauplan dabei, ein Ghoul ist ein Pet. Dann haben wir ein bisschen auch Stoffe, die ich beim Boosten, glaube ich, gekriegt habe. Dann haben wir hier noch ein Pet, was ein bisschen was wert ist. Noch ein Pet. Und ja, noch ein paar Leinen haben wir hier. Hier unten haben wir noch ein Transmog-Item. Also das summiert sich halt. Und dann ewig viel Kleingedönsel. Und ja, so 30 bis 100k mache ich alleine über dieses ganze Zeug, was ich da quasi Abfallprodukt ins AHA haue nebenbei. Da ist viel teures Transmog vorbei, das er wahrscheinlich in einem halben Jahr nicht verkaufen wird. Aber durch die Masse macht man halt tatsächlich auch Gold. Ich würde euch aber ehrlich gesagt nicht raten, irgendwelches Transmog zu farmen, sondern das, was abfällt bei euren Aktivitäten, die ihr eh nachgeht, das würde ich versuchen zu verkaufen. Und da ich relativ viel Transmog für mich selbst gefarmt habe in alten Instanzen, kam halt hier doch das ein oder andere noch bei rum, was dann BOE war und ich dann quasi jetzt auch hier zu Gold machen konnte. Also haben wir nochmal 57, fast 58.000 Gold obendrauf. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einmal zu meinem Schneider-Char hier auf Antonidas. Um es gleich mal vorwegzunehmen, Schneider-Char können wir jetzt gucken. Die anderen beiden, die ich sonst immer noch schaue, also sowohl der Inschriften-Kundler als auch der Juve-Inji, die habe ich jetzt nicht großartig bedient. Die haben auch tatsächlich fast gar nichts verkauft. Also die Trinkets gingen nicht gut weg. Normalerweise mache ich mit einem Inschriften-Kundler-Char sehr, sehr viel Gold. Irgendwie habe ich die Trinkets nicht losbekommen. Kann vielleicht auch jetzt daran liegen, dass man mittlerweile sehr hohe Trinkets auch über Worldquests kriegt und dass die dementsprechend nicht zu Anklang finden. Ihr müsst auch denken, die Trinkets vom Inschriften-Kundler haben sie ja nicht angehoben. Also die sind ja immer noch tatsächlich 400-Item-Level, wobei sie alle anderen Items, die man vorher herstellen konnte, also die 370 waren, haben sie auf 400 angehoben. Deswegen hast du natürlich da nicht mehr so ganz den Markt da. Ich gucke mal, ob sich das auf Antonidas die nächsten Wochen wieder erholt. So, hier haben wir dann noch Items, die wir über Schneider verkauft haben. Ihr seht, auch hier, da ist alles relativ low. Tatsächlich 1k mal die Umhänge sind teilweise für 4k dabei. Machen wir keine großen Sprünge. 58.000 ist nicht schlecht, aber tatsächlich haben wir für die Menge, die wir verkauft haben, ist es halt nicht viel. Weil wir im Schnitt 1.000, 2.000 nur die Preise haben. Dementsprechend ist das doch relativ low. Aber wieder fast 50k noch oben drauf. Halt, wir gehen jetzt einmal hier rein, dass wir instant ausloggen können. Wie gesagt, den Inschriften-Kundler und den Uwe-Ding, da kam so gut wie nichts rum. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht gucken. Also die beiden hier. Ich würde sagen, wir schauen direkt einmal auf Blackmore. Und zwar habe ich da ja, den habe ich schon ausgeleitet, aber die beiden können wir uns angucken. Das sind einmal auch meine Schmied-Leder-Char und dann habe ich noch einen, der auch Schneider bzw. Inschriften-Kunde hat. Mal gucken, ich glaube, auf Blackmore habe ich tatsächlich ein bisschen mehr mit Inschriften-Kunde gemacht. Wir können jetzt aber auch gleich schon hier die Werte eintragen. Und zwar mit meinem Main bin ich bei 7.064.000. 7.064.000. Da haben wir relativ gut was gemacht. Ihr seht, wir haben hier 1,3 Millionen alleine über Boosting und über diesen einen Beruf gemacht, wo wir etwa 100k herausgezogen haben. Also Boost-Geschäft lief diese Woche tatsächlich ganz gut, obwohl ich relativ viel zu tun hatte mit dem hier, mit dem ganzen neuen Content. Und da baue ich auch so mein Hauptaugenmerk drauf, dass ich halt da das Gold mache. Und über Berufe ist halt das, was nebenbei noch kommt. Oh, jetzt haben wir hier gerade den Posteingang tatsächlich. Ich habe eigentlich vorhin alles ausgeleert, aber anscheinend ist zwischenzeitlich noch ein bisschen was reingekommen. Nicht schlimm. Können wir jetzt auch alles gleich nochmal ins Aha packen. Ihr seht, ich habe mit dem tatsächlich auch noch sehr viele 3.70er-Items und sogar noch lowere 3.10 und 3.40. Und die sind vom Leveln immer noch über. Die versuche ich immer noch an den Mann zu bringen. Und der eine oder andere mag sich jetzt fragen, warum versuchst du sie zu verkaufen? Disse sie doch einfach. Die wirst du eh nicht los. Es gibt tatsächlich Leute, die diese Sachen noch kaufen. Zwar sehr sporadisch, weil die für Transmog tatsächlich interessant sind. Weil die ein bisschen anders aussehen als die anderen Items. Und ab und an kauft einer einfach so ein Low-Item, was ein bisschen günstiger ist als die anderen. Also, ja, wenn ich da noch ein paar Gold für kriege, ist auch gut. Wenn ich sich einen Splitter draus mache, dann sind das halt vielleicht nur 200 Gold oder so. Wenn ich halt die noch so versuche an den Mann zu bringen, ist es tatsächlich noch ein Ticken mehr. Dementsprechend ist zumindest der Versuch noch da. So, jetzt können wir hier nebenbei noch gucken, was hier an Gold drin ist. Wir haben hier nochmal 65.000 gemacht. Ist nicht ganz so schlecht. Nicht ganz so gut wie auf Antonidas. Liegt aber vielleicht auch daran, ich habe mir den Charts nicht mehr so regelmäßig eingestellt. Und auch nicht mehr repostet, weil das die Woche noch gebackt hat. Also, reposten habe ich gar nicht gemacht. Und ich denke mal, jeder von euch, der mit Tradescale Master bzw. allgemein im Auktionshaus unterwegs ist, der weiß einfach, okay, wenn du nicht repostest, dann bist du auf einem großen Server nach ein paar Minuten unterboten und verkaufst gar nichts. Und das ist wahrscheinlich der wahre Grund, warum ich jetzt meine Trinkets nicht an den Markt gebracht habe oder an den Mann gebracht habe auf Antonidas, weil ich halt einfach nicht repostet habe. Das Problem ist, ich habe bis Mitte der Woche noch meine ganzen Items manuell eingestellt, nicht mit Tradescale Master. Da waren die Price Sources bei den neuen Items nicht ganz so gut. Und dementsprechend hat es mir teilweise für extrem günstige Preise reingestellt, wo ich dann sogar im Verlustbereich bin. Bevor ich natürlich Verlust mache, schaue ich, dass ich sie dann manuell einstelle. Das dauert zwar wesentlich länger. Wer jetzt Tradescale Master nicht kennt, der weiß halt auch, man kann halt hier, wie ich jetzt gerade mache, die ganzen Sachen einfach so einstellen, ohne dass man jetzt großartig die Items einzeln reinziehen muss und kann dann, theoretisch würde ich das Makro hier auch gerade, ich habe mir nämlich ein Makro gemacht gehabt. Ja, gut, dass ich das jetzt einmal hier nicht rausgezogen habe. TSM, genau. Und kann mir das TSM-Makro hier einfach auch reinlegen auf Mausrad und dann tue ich das Mausrad ein bisschen scrollen und stelle halt relativ viele Items ein, wie ihr seht. Also das geht dann tatsächlich ziemlich schnell und wir haben dann hier gleich 100 Items eingestellt, ohne großartig was zu machen. Die Preise sucht es ja einem automatisch raus. Dann ist das eine relativ easy Angelegenheit. Man hat das Zeug schnell drin und ja, hat dann kein Problem. Ja, das andere Zeug können wir auch die Tage einstellen. Das ist jetzt nicht so wild. Schauen wir, dass wir hier noch schauen, was wir an Gold haben. Hier waren es jetzt halt knappe 60k noch und jetzt gucken wir auf den letzten noch, dass sich das Video nicht wieder so lang zieht, was wir da noch rausgezogen haben. Aber ich denke mal, mit dem Bußgeschäft und dem einen Beruf sind wir ja schon mal gut über eine Million. Da bin ich sehr zufrieden dafür, wie gesagt, dass halt jetzt mein Fokus nicht unbedingt so sehr auf dem Gold lag und ich vieles halt einfach so nebenbei mitnehmen konnte. Insel musste ich sowieso laufen. Insel Buß hat sich dann echt angeboten. Das mit dem Freehold hat mir natürlich schon ein bisschen Zeit gekostet. Und ja, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das die nächsten Tage noch reinkriege. Ich bin ja gerade ein bisschen random am Raiden. Da musst du immer ein bisschen mehr Zeit rein investieren und da musst du dann immer tatsächlich auch ein bisschen gucken. So, auch hier haben wir tatsächlich jetzt noch ein paar Items auf Lager. Aber ihr seht, hier haben wir auch ein paar Compendiums verkauft für 2k. Hier haben wir ein paar Codexe für 5k verkauft. Eigentlich hätte man jetzt tatsächlich auch die Raid-Muds ordentlich stacken können im AH und da wahrscheinlich gut Gold machen können. Ja, bin ich jetzt leider auch nicht auf dem Zug aufgesprungen. Ich habe jetzt die Sachen noch ins AHA gehauen, die ich eh schon einmal gecraftet hatte. Und vielleicht versuche ich jetzt die nächste Woche da mal ein bisschen mehr in mein Augenmerk draufzulegen, um da ein bisschen mehr an Gold zu kommen. So, ich werde jetzt hier einmal noch aufmauten und das schon mal einstellen. Wir gucken uns jetzt aber das gesamte Gold an, was wir gemacht haben. Und zwar machen wir hier einmal mein Add-on auf. Das Acreholic heißt das. Und da sehen wir das Gold. Wir haben 6.407.000 und das werden wir einmal eintragen. 6.407.000. Dann haben wir den Wert für diese Woche, der ganz solide ist, wenn man es vergleicht mit den letzten Wochen. Wir haben 1,5 Millionen gemacht, sind damit insgesamt jetzt auf 13,471 Millionen. Heißt, wir sind auf einem ganz guten Weg zum Magic Rooster Egg. Das ist ja das nächste Mount, was ich mir kaufen will. Und wenn wir bedenken, ich habe vor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen habe ich die 17 Millionen für den Spektaltjäger ausgegeben und dann nochmal 1 Million für Rezepte, die wir auf den Kopf gehauen haben. Also 18 Millionen tatsächlich die letzte Zeit. Ist es ganz gut, dass wir jetzt schon wieder bei 13,5 knapp sind. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und wenn es die nächsten Wochen so weitergeht, dann habe ich auch vielleicht bald mein Magic Rooster Egg so in einem Monat 2, 1,5, vielleicht sowas um den Dreh rum. Je nachdem natürlich, wie die Preise sind. Die sind immer sehr schwankend, vor allem bei... Ich muss ein bisschen notar scrollen, ihr seht es gar nicht. Sehe ich gerade. Die sind immer sehr schwankend bei dem TCG-Sachen. Genau, das war es soweit für die Woche. Ich werde mir jetzt mal nächste Woche noch ein bisschen gucken, ob man noch in anderen Quellen Gold machen kann. Wie gesagt, dieses PvP-Toy, das bin ich so ein bisschen im Belegen, ob man da was selten kann. Und ja, wenn ihr den Anregungen wünscht habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich schaue mir das gerne durch. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.